Ja, die drehen hier gerade. Aber ich sag nur mal kurz, die neuen Soko Leipzig-Folgen ab dem 2. Oktober um 21.15 Uhr, zugebohnten Sendezeit auf eurem CTS. Und ich kann euch nur verraten, mit mir sieht's schlecht aus. Tom Kowalski tappt von einem Fettnäffchen zielbewusst ins nächste. Und Leute mit den Frauen, es wird nicht einfach, es ist schwierig. Ich leide unter den Folgen noch heute. Gefühlte 20 Folgen später. Raumvoll. Raumvoll.